Viel zu leicht. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Entscheidungen, die uns von einem Tag in den nächsten führen. Entscheidungen, die unseren Weg ein klein wenig verändern. Und dann sind da die anderen Entscheidungen. Ich hab'n Job. Ich will nicht leben, du hast dich irre. Ey, ich will nicht so'n alter, verdammter Loser werden, wer Familien ausraubt. Alles in Ordnung? Mhm. Ich raube gerade das Haus aus. Ja, das ist cool. Versuchen Sie gerade, sich umzubringen? Mhm. Schließ die Tür hinter dir. Hätte gereicht, die Cops zu rufen und abzuhauen. Ich kenn mich nicht im Nachfasstodplan aus. Was planst du hier? Du kannst nicht ewig mein Babysitter sein. Sagst das so, als ob du denkst, ich hätte einen Plan. Was soll man nach einer Überdosis Schmerztabletten essen? Sie sollten in ein Krankenhaus gehen. Oh mein Gott, ich ess was. Klappe halten alle beide. Hör zu, ich werde es tun, okay? Und es gibt nichts, was du sagen oder tun könntest, um mich daran zu hindern. Das ist nicht wahr. Und es ist egoistisch, mich daran zu hindern. Dann bin ich egoistisch. Ich denke, du machst einen Fehler. Ich denke, du kannst glücklich sein. Ich seh lächerlich aus. Du siehst toll aus. Wieso magst du mich? Ich hab keine Ahnung. Und ich denke, du willst das nicht tun! Weil das mein Leben ist, Harry! Und was bedeutet dann das alles hier? DASY! Das war's für heute.